Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was will ich machen? Wo möchte ich später mal hin? Weiß ich jetzt schon, was ich später mal machen will? Und welche Schule ist eigentlich die richtige für mich? Und welche Schule ist die richtige für mich? Woher weiß ich, welche Schule die richtige für mich ist? Beschleunigung und Globalisierung Neue Medien und soziale Kompetenz Argumentationsvermögen und Fremdsprachen Wirtschaftskompetenz und Lernbereitschaft Du stehst heutzutage vor unendlich vielen Herausforderungen Um diese zu meistern, bieten wir, die Kaufmännische Schule Göppingen, beste Voraussetzungen Wir verbinden unseren allgemeinbildenden Erziehungsauftrag mit einem kaufmännischen Profil Wenn du bei uns deinen Abschluss machst, stehen dir viele Türen offen Ob du nach der Schule den direkten Weg in die berufliche Ausbildung führst oder Grundlagen für ein Studium schaffen möchtest Wir helfen dir ganz persönlich deinen Weg zu finden Unsere Welt ist geprägt von digitalen Medien Der kritische Umgang ist damit genauso wichtig wie das Beherrschen der Technik So nutzen wir modernste Kommunikationshilfen im Unterricht und sehen den kritischen Umgang mit den Medien als wichtigen Lerninhalt Professionalität und Argumentationsfähigkeit sind wichtige Lernziele So veranstalten wir nach dem Vorbild des englischen Unterhauses und in englischer Sprache gemeinsam mit anderen Schulen die Baiting-Wettbewerbe Dort lernst du auf spielerische Weise argumentieren aber auch und vor allem wie man fair miteinander umgeht Du willst verschiedene Kulturen kennenlernen und Fremdsprachen beherrschen? Wir bieten dir weltweite Schulpartnerschaften mit einem regen Austauschprogramm zum Beispiel im Wirtschaftsgymnasium und dem Berufskolleg Fremdsprachen Hier wirst du bilingual und mit einem klaren Wirtschaftsbezug auf die Anforderungen der Globalisierung vorbereitet Unsere Schule besuchen rund 2000 Schülerinnen und Schüler aus 45 Nationen Sie machen bei uns mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur oder besuchen unsere Berufsschule Unsere weit über 100 Lehrerinnen und Lehrer sind auch im Einzelgespräch für dich da und fördern dich auf deinem persönlichen Lernweg Eine enge Verbindung zwischen Theorie und Praxis ist uns wichtig Unsere Schüler handeln zum Beispiel in der Juniorfirma Yukon mit biologischen, fairen, nachhaltig produzierten Waren Sie beschaffen und bewerben die Produkte selbst und lernen so, wie ein Unternehmen betriebswirtschaftlich funktioniert Yukon wurde mit dem Förderpreis für finanzielle Bildung ausgezeichnet Das verfügbare Wissen wächst unaufhörlich Deshalb geht es heute nicht mehr darum, dass du alles weißt Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist es die Bereitschaft zu haben, mit Freude lebenslang zu lernen Wir stehen für Würde, lebenslanges Lernen, Weltoffenheit und Partnerschaft Wer bin ich? Wer ich bin? Ich bin Lena und mache meine mittlere Reife an der kaufmännischen Schule Göppingen Wer ich bin? Ich bin Tim und Berufsschüler auf der kaufmännischen Schule Göppingen Wer ich bin? Ich bin Cassandra und mache mein Abitur mit internationalem Profil an der kaufmännischen Schule Göppingen Wer ich bin? Ich bin Lulu und besuche die Wirtschaftsschule an der kaufmännischen Schule Göppingen Ich bin André und gehe aufs Wirtschaftsgymnasium der Kaufmännischen Schule Göppingen.